Moin Moin und hallo Leute weiter geht's weiter steht immer mal ein Pfeil wieder rum warum schießt das denn nicht in den Boom soll gar nicht schießen wenn man gedrückt hält schießt er doch ein schießt er doch gar nicht der mein Boom so und wir haben hier wie nennt man das eine Schleuse also ein Bootsanleger sozusagen gebaut wo ist mein Boot kaputt warum das aus Versehen zerstört ey du bist so ein Spaß warum machst du so was mein schönes Boom Egal ähm war die Etage hier schon fertig Frage an dich was soll hier hinkommen ja hier oben wo oben in der nächsten Etage welch der nächste wo hr 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 nein hier was haben wir denn alles so noch nicht gehabt vielleicht also aufs Dach können wir ja auf jeden Fall mal eine Wingsfarm machen mit Baumfarm mache ich eigentlich immer Baumfarm aufs Dach finde ich ziemlich praktisch müssen wir nicht immer im Wald latschen das sieht bestimmt unnötig aus Leute, das sieht richtig unnötig aus naja was was soll ich denn jetzt hier hin also aufs Dach können wir ja eine Braumfarm machen wenn wir das Dach bis zum Dach dauert es noch richtig lang ja ich weiß aber ähm Fellenportal ja ok dann müssen wir Diamant holen ja stimmt aber wir können kein Netz war ein Ding netherrack fett Kleidung machen ne, mit brennen netherrack sonst fackern wir uns die ganze Bude hier aber wir könnten ne, komm ich geh mein nie aber ich craft mir lieber noch ne Hacke warum machst du immer ein Baum vor uns ein Haus? das sieht voll kacke aus naja das reint sich ne ich hab das so gemacht vor der Hand Dreckvork ist und deswegen mach mal Musik aus mach mal Musik aus mach mal deine Musik aus Welche Musik? ja, Minecraft ja, ich hab keine Ahnung ich hör die ich hör die richtig deutlich ich mach sie aus ich hab deine Musik an diese verdammte fucking Music, mach sie auf ich hab sie nicht an dann soll erstmal alles was ich brauche wegpacken das brauche ich, das brauche ich ähm, wenn ich das brauche ich so ich hab eine bessere Idee dann pack ich das links da und die Schere erstmal weg wenn du es funzt oder es funzt oh scheiße, ich muss noch mal kurz was machen und bin gleich wieder da ne schon wieder also überhaupt nicht kann, ich stehe jetzt nur so ne, ich fahr währenddessen fahr ich mit meinem Karotor wenn ich es, äh, erwische besser nicht mehr aufs Funzt weil ich baue hier gerade noch dann kommt's weg ah, leck das ne, nix ist du kommst nicht durch tschüss so, noch das hier die bewegt sich nicht so mein Gott was ist hier so und hoch so oh, alter ist er schnell kommt auf hier zurück komm komm rein so 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 ja geh da raus tschüss tschüss wie soll ich jetzt m jenes n tschüss 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 3 sie ist ich habe doch nicht so vorhanden vor also weiter stehen bleibt wartet bleiben sie bitte auf ihren Plätzen sie schieben sie wieder an den Start werden hohe weiter bis zum Lavasee so aber wir sollten jetzt mal ohne Scheiß weiterbauen weil ich hab nicht hier die Zeit hey mein Wasser Tschüss Jörgen was denn Scheiß was hast du mit meinem Wasser gemacht mit welchem Wasser ich hab Wasser über dich gesetzt keine Ahnung wo ich mich konnte Hä jetzt ist es wieder da Und jetzt geht es auch nicht mehr weg, irgendwie. Oh, ähm, wollten wir noch mal einen Cave erkunden? Achso, ich glaube, die Leute wissen noch gar nichts von dem Cave, ne? Kann sein. Wir haben ein bisschen weiter... Ne, wissen sie nicht. Ich hätte hier meinen eigenen Part angeguckt. Wir haben ein bisschen weiter gefunden, haben Wassergeräusche gehört und sind sich wie auf den Cave gestoßen. Ja, so schnell kann es gehen. Das ist mal ein Cave. Zap-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ey, Junge, wie kann ich viel funktioniere das mit der Redstone-Fackel, die du hier hingesetzt hast? Da hast du irgendwo hier eine Redstone-Fackel hingesetzt, die hab ich gerade gefunden. Einfach, wo die Schiene drauf ist, den Block da unter die Redstone-Fackel setzen. Ich habe auch bei dir in einem Loch gefunden. Komm mal her. Warte, ja okay, wir wissen nie. Sind alle Redstone-Teile aktiv? Äh, ja. Ja gut, dann hatte ich die, als ich die abgebaut hatte, übrig. Kannst du mir mal geben. Ja komm her, hier ist aber so ein dickes Loch in der Wand. Ja, da waren die Redstone fucking drin. Ich hab sie jetzt aber gemacht, damit man sie nicht mehr sieht. Ähm, da war auch Holz drin, ne? Ja, ich weiß. Da waren die Redstone fucking drauf. Bitte. Doch, mach es, ey. Das ist mein Cave. Okay. Falls du irgendwas nicht brauchst, kannst du sehr toll tun. So wie Stein. Hey, mein Wasser ist jetzt irgendwie wieder weg. Und den Stein wollte ich eigentlich mit nem... Minecraft with Chess? Warte, irgendwie geht die Truhe. Ah, was? Hey, Junge, das sieht jetzt aus wie ein Flachbildfernseher. Jetzt komm. Hey, Junge, wenn du Wasser siehst, sag mir Bescheid. Ich will eigentlich mein Wasser einmal wieder voll machen. Ich glaube, hier in Caves ist Wasser. Oh mein Gott. Oh, nee, hier war ich nicht reingegangen. Oh mein Gott. Ich gehe wieder zurück. Guck dir das mal an. Geh. Hier sind, hier können von jeder Richtung aus Monster kommen. Das ist auch für mich. Ja, hier ist richtig gehalten. Ja, und Redstone. Ja, genau, hier geht es noch. Ich bin aber weiter nach unten. Ey, wir haben schon wieder so ein dickes Cave. Ja, komm, hier, hier geht es noch unten. Ich glaube, ich habe auch ganz viel mehr gesehen. Bin aber auch nicht sicher. Guck mal. Ja, aber nicht. Ich glaube, ich gehe erst mal alles aus. Ja. Boah, hier geht es noch weiter. Wow, oh, oh, oh. Ey, ich habe Wasser gefunden, falls du willst. Und, und, Dingens. Ey, ich baue erst mal alles ab, was ich sehe. Gold. Gold ist wichtig. Für die Powerwaste. Ey, ich baue noch nicht alles ab. Ich möchte erst mal kurz rausleicht ein bisschen. Dann habe ich auch, aber ich brauche wichtige Materialien ab. Wie Gold. Die selten sind. Willst du Lapis? Ne, Lapis brauche ich nicht. Mein Lapis ist zwar nicht selten, aber... Ey, doch, ist selten, aber ist nicht wirklich wichtig. Ich baue es trotzdem ab. Wo komme ich ihn hier wieder an? Dicker. In wie viel Richtung geht der Cave? Alle. Ja, schön. Jeder Cave eigentlich. Hä? Jeder Cave geht doch in alle Richtungen. Aber man kommt irgendwie immer wieder an gewissen Punkten an. Alle Wege führen in die Capes. Ey, ich stopfe das Wasser jetzt. Wenn du es nicht haben willst... Ich stopfe es aber so. Ähm... Hier ist Gold. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin in einer anderen Richtung. Bist du? Ich bin nicht in einer anderen Richtung geraten. Ich stelle mal wieder Brightness hoch. Ja, nee, das würde ich viel, aber... Wenn aus dem Grunde nicht eigentlich immer Wasser mitfällt, weil sich mal Lava auf Lava kräft oder so und kein Block dabei ist. So, ich habe ein Ending gefunden. Eigentlich könnten wir die Endings, also die Enden immer zumachen. Die Enden? Ja. Wenn du jetzt am Ende eines Caves ankommst, könnte man die immer zumachen. Also wie ich es gemacht habe, weil der Freund... Am Ende? Ich habe Ente verstanden. An der Ente, ja. Ja. An der Ente kann man... Oh mein Gott, Kohle. Ich brauche Kohle. Oh, ich habe Hunger. Ja, ich habe Diamant geformten. Nice. Ich kann aber nicht sagen, wie viele. 3, äh, 2 sehen. 3, 3 Diamanten kann ich von außen sehen. Vielleicht sind sogar noch mehr. 4, 5. 6. Ne, doch nicht 6. Hä? Warte. So was mal, Alter. Oh, Junge. Wir können uns 2 Diamanten bezacken bauen. Für jeden eine, das passt so. Wie muss ich mich nochmal... Ja, für jeden geht eine. Ah, nee. So noch 5. Ich habe sie gefunden, da darf ich 3 haben. Aber ich baue nochmal ein bisschen mehr ab. Vielleicht will ich noch mehr. So. Na, warum? Komm ich... Bin ich denn hier? Ah, ich war beim Gravel. Gravel oder irgendwie so. Gravel klingt behindert. Das ist nichts mehr. Schade. So. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier kam ich hier. Ah, ich habe schon wieder Lava gefunden. Ey, aber soll ich jetzt mal den Diamanten in Sicherheit bringen? Die Diamanten. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Ich hör Zombies. Was hast du gemacht? Ich hör Zombies, habe ich gesagt. Ey, ich finde hier richtig viel Gold. Oh mein Gott. Ich will noch mehr. Ah, ich will wieder zurück. Ah. Oh mein Gott, der ist direkt über mir. Ey, du verfickte Kacken-Nudel. Oh Gott. Oh ja, ich will also, wir hören hin. Wie gleich, wenn sie noch nicht wie und wie wirها kommen wollen Mögliche. Nichts es sind die Neuferste, wenn sie wieder wenigstens drin sind. Dazu habe ich es gehört. Umожал ahead daran zu können. Hallo? 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 Ist ja jemand? Ey, der kommt immer näher. Und hier geht's. Und... Dicker. Ey, Eisen. Eisen, richtig für Eisen. Oh mein Gott, oh mein Gott, was tun, was er gegangen? Echt? Nee. Wieso? Ah. Ah, das ist so, ja! Oh mein Junge, der schreie nicht so, Wasser passt dir. Oh, der kommt da mit so'n Wasserlift runter. Oh. Dicker. Stress mich nicht so. Ey, ich hab hier richtig dicken Cave. Wir sind beide irgendwie dem gleichen. Ja, aber bei mir geht's hier richtig fett rein. Ey, Junge, ich hab grad nach Opel Eisen abgebaut, ja, da muß noch weiter. Ja, bei mir geht's hier überall weiter. Weil es gar nicht, wo ich hingehen soll. Alter! Oh 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 oh! Ich will schon wieder ein Zombie. Brauchst du schon, glaub ich, da ist ein großer Raum. Wir sind schon, wie? Die hier ist unter mir. Und es ist Gold. Ey, Junge, du bist so ein Gold finden. nun er hat und ich habe erst fünfzehn Gold gefunden Herr Tom es noch mehr man wird schon hier entweder aber noch keiner von uns er kommt man zu mir weil die Ziele was heißt es nur du bist junger Ort die Pflege zu mir Ich kann das nicht, das weißt du. Mach ich's halt. Warte. Wie heißt du nochmal? Weh, du stehst an der Wand, ey. Da steh ich an der Wand. Stech mich halt im Raum. Ey, ich hab Holz gefunden. Hast du Lust dahin gemacht? Ja, was? Da voll. Ja. Achso. Nein, jetzt hab ich... Hey, ich sehe dich. Ich hab dich gefunden. Komm. Guck mal da oben, wie... Da geht's überall weiter. Und komm mal hier her. Hast du dich gemacht, den Stone? Ja, um mein Gott zu kommen. Und guck mal hier. Guck mal wie dick. Guck mal, hier geht's. Und der Zombie kommt mir näher. Ja, guck doch mal mit F3. Ja, ich steh direkt über Lava, stört mich nicht. Ich find den mit F3, ne? Oh, Skeleto Jones! Wo? Ja, gegenüber von dir. Rechts. Hier. Tod. Hab ich. Oh, hier geht's richtig weit weiter. Du findest die guten Materialien und ich find hier immer die dicken Caves. Hey, Junge. Na gut, ich hab Diamant gefunden. Ich bleib bei dir, ne? Ey. Ey, komm mal her. Warte mal kurz, warum spackt das? Wir müssen eh gleich die Aufnahme beenden. Ja, Zombie. Zombie. Hilfe. Ah, du bist bei dem Zombie. Danke, dass du ihn gefunden hast. Wie viele Zombies sind denn das? Ey, Junge, wo bist du? Oh, klar. Ich baue Eisen ab. Ja gut, normal ist mit. Ich beschütze dich. Du hast zwar das bessere Schwert, aber... Ich baue Eisen ab. Ich geb dir Deckung. Oh, es leckt. Und wir müssen hier mal ein Power beenden. Wie wird es weitergehen in diesem Monster Cave? Aber das werdet ihr erst in der nächsten Episode sehen. Ciao, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Herr Wasch. Ey, Junge, jetzt musst du einbenden. Fortsetzung folgt. Tschüss.